Leute, Brokkoli kann euer bester Freund werden. Der schmeckt nicht nur bei richtiger Zubereitung richtig lecker, sondern hat auch noch eine Vielzeit von Nährstoffen. Ich zeige euch hier mal eine Variante, wie ihr den Brokkoli ganz easy zubereiten könnt. Denn wir benutzen ihn hier sogar in einer rohen Variante, sodass wir den nur mixen müssen und eine Basis für den Salat haben. Hier habe ich zum Beispiel noch Kichererbsen, getrocknete Tomaten, dann hinzugefügt und dann noch Granatapfelkern, sowie Schafskäse, Olivenöl, für die gesunden Fette dürfen auch nicht fehlen und Ebola. Ihr habt euren geilen Sommersalat und Leute, trust wie der schmeckt.